Musik Hier im neuen Pleetschregal bei Edeka Meier ist es möglich, nachhaltiges Einkaufen alltagstauglich zu machen. Sie können also Ihre Produkte hier kaufen, die regional, biologisch und unverpackt sind. Dadurch wird es ein nachhaltiger Einkauf und hier ist im Hintergrund das Regal zu sehen, wo wir ganz viele Produkte haben aus der Gegend. Alles mögliche, was Sie sich vorstellen können, was an trockenen Waren kaufbar ist, zum Beispiel Mehl oder Nudeln, verschiedene Samen- und Sonnenblumenkerne oder auch Sachen wie Quinoa. Was wichtig ist, ist, dass es zum Beispiel keinen Reis gibt hier. Reis ist ein Produkt, was sich nicht nachhaltig anbauen lässt und auch nicht in der Region produziert wird. Deswegen haben wir eine wunderbare Alternative, den Kochdinkel, der sich wie Reis zubereiten lässt und hier aus der Gegend kommt. Und so können Sie eben Ihren Einkauf hier ganz nachhaltig und aber auch ganz einfach nebenbei beim normalen Einkauf gestalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017